Don't Try ist ein 10-Schritte-Programm und einen Schritt, den gebe ich euch jetzt gratis mit. Spontane Intervall-Meditation. Und alles, was ihr dazu braucht, ist dieser Song von Death by Chocolate. Macht einfach mit. Drei, zwei, ein. Es ist ganz einfach. Ihr müsst einfach loslassen. Ich bin Kai N. Kummer. Und wenn ihr die anderen neuen Schritte haben wollt, dann klickt hier. Don't Try. Spürt ihr es? Spürt ihr?